so hallo und herzlich willkommen zu dem ersten hohen Tutorial hier auf diesem Kanal ich weiß nicht ob das Aschte bleibt oder ob da mehr Tutorials noch kommen also mit Mikrofonen Stimme auf jeden Fall das hier ist mal Aschte ja um was geht's in diesem Video möchte ich euch eine Seite vorstellen mit dem sie ganz einfach und kostenlos ihre IP herausfinden können die Seite erst mal an Firefox so die Seite nennt sich www.myip.is warte ein bisschen so hier sehen wir unsere IP-Adresse Sie sehen nur die Aschenpaarstollen die anderen sind für sie jetzt ausgeblendet ich sehe alle und da unten ein Your Hostname also unsere Hostname ist auch noch und wenn wir schnell nachgucken meint ich guck schon über die Eingabeerforderung nach also ich habe es über die Eingabeerforderung noch mal nachgeguckt die IP stimmt hier wirklich und hier unten heißt auch noch wir haben keine Proxy oder wenn wir Proxy hätten und hier unsere Proxy IP stehen und hier unsere normale IP also unsere wirkliche dann noch eine zweite zweite Testseite wieder www.wie-ist-meine-ip.de so steht hier auch unsere IP hier unten steht noch mit was wir unterwegs sind Windows 7 Firefox und Deutschland stimmt Provider sehen Sie nicht stimmt aber auch so das war's eigentlich soweit und ich sage bis zum nächsten Tutorial Ciao also wie gesagt ich weiß nicht ob noch mehr kommt egal auf jeden Fall Ciao Ciao